So, gute Leute, ich komme gerade straight von der Arbeit, aber ihr wisst ja, dass ich ab und zu hier in Koblenz ins Medina gehe. Das Medina hat vorhin was ziemlich cooles gepostet und zwar haben die ab jetzt die Kiki-Pfeife von Nemo am Start. Der Hakan ist auch ein Buddy von mir und das bedeutet, der kommt jetzt mit der Pfeife rum und wir gucken die uns jetzt in einem Ersteindruck zusammen an. Er sollte auch schon auf dem Weg sein, deswegen labern wir nicht länger rum, wir machen Kohle an, wir bereiten den Kopf vor, wir bereiten hier alles vor, sodass wir direkt starten können mit dem Ersteindruck, sobald der Hakan am Start ist. Der Niklas aka Cryptic Kuka ist auch schon am Start und hat sich hier einfach direkt mal meine Amazon geschnappt und gönnt sich hier ein schönes Rühnchen Black Nana. Aber darum geht es heute nicht, sondern wir brauchen Kohle und wir müssen einen Kopf bauen, der ready sein muss, bis der Hakan da ist. Deswegen Kohleanzünder an, die Trusty Somo Coco, die hier auch schon wieder fast leer ist, also zumindest die eine Packung. Schnappen wir uns drei Stücke, packen die auf den Kohleanzünder und ihr wisst Bescheid, Alufolie drüber geht schneller. Fenster aufmachen, ganz wichtig, aber dann hört ihr da draußen die Kollegen Züge, deswegen cut. So, da der Niklas den Black Nana raucht, habe ich auch übel Bock bekommen, deswegen schnappen wir uns auch direkt mal das Döschen. Dann suchen wir uns noch ein Köpfchen hier aus. Ich würde sagen, wir nehmen das gewohnte Black Nana Setter, beziehungsweise normal nehme ich ja hier den weißen Mahala Invoke V2, weil der halt einfach unglaublich gut auf die Amazon passt. Aber da der jetzt schon benutzt ist, würde ich sagen, nehmen wir hier einfach den schwarz-weißen in der Somo Variant. Ja, also schnappen wir uns den Kopf, schnappen uns die Dose und bauen mal ein Köpfchen in der Shisha Küche. So, da der Niklas mich so angefixt hat mit Black Nana, bauen wir uns den auch mal direkt, aber ihr seht schon, die Dose ist leider sehr, sehr leer, aber ich denke, einen Kopf werden wir da noch rauskriegen. Ansonsten, Leute, ich habe selbstverständlich noch eine Dose Black Nana da. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das bei mir mit den Funneln läuft. Normal halte ich hier einfach mit dem Daumen zu, nehme mir eine Gabel und streiche das einfach einmal hier rein, versuche das ein bisschen halbwegs locker, nicht zu krass angedrückt hier rundherum einmal zu verteilen. Gucken, dass nichts ins Funnel-Loch fällt. Am besten, ansonsten kratzt man es halt nachher einfach von der Küchenzeile wieder ab, schnappt sich hier die nächste Gabelspitze, packt das wieder rein und das Spielchen dann einfach einmal rundherum, bis der ganze Funnel voll ist. Aber jetzt muss ich schon ein bisschen anfangen, hier zu kratzen. Das wird auf jeden Fall das letzte komplette Köpfchen aus dieser Dose. Einfach einmal rundherum rein, sodass die Smokebox dann auch gleich noch ein bisschen Kontakt hat. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dann ist er ein bisschen intensiver und so. Kennt ihr ja schon aus den anderen Funnel-Baututorials, wie das so abläuft. So, hier noch ein kleines bisschen und dann sind wir auch schon fertig. Also geht die Kohle an, der Kopf ist gebaut, dann fehlt jetzt nur noch der Hakan mit der Pfeife, würde ich sagen. So, ich zeige euch den Kopf nochmal in ein bisschen näher. So, hier seht ihr das Köpfchen nochmal in ein bisschen näher. Ihr seht auch schon, ganz leicht über den Rand gebaut, nicht viel, aber ein bisschen auf jeden Fall. Smokebox da oben drauf, den Rand mache ich gleich noch ein bisschen sauber. Und dann sollte das ein wunderbares Köpfchen werden. Was sieht das aus? Was geht? Siehst du? Was könnte das wohl sein? Kannst du es näher ranruhen? Ja, es ist halt dunkel im Kurs. Kannst du es noch näher ranruhen? Zoom mal, zoom mal, zoom mal. Guck, guck, guck. Man sieht es schon komplett nice. Was geht? Was geht? Alles klar? Alles fit? Gut, bei euch. Komm rein. So, Leute, ihr habt es gesehen. Die Pfeife wurde eben abgeliefert. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang rum. Wir gucken uns das Ding lieber an. So, Leute, wir packen das Ding erstmal aus. Ich bin genauso im Blindflug wie ihr. Ich habe diesen Karton auch noch nie geöffnet. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Wir schauen einfach mal. Übrigens, die Venuka-Verpackung ist sehr, sehr ähnlich zu der hier. Nur, dass das eben die Nimo Edition ist. Sprich, eine ultra schöne, komplett schwarze Version davon. Okay, hier haben wir auch schon alle Teile. Ich kipp das mal ein bisschen, dass ihr das seht. Ihr habt die ja schon einmal geraucht, ne? Wir haben sie schon getestet. Aber die war schon ziemlich so eingepackt, oder? Ziemlich, ja. Okay. So, ich würde sagen, wir holen mal die Teile raus und gucken uns die mal im Einzelnen an. Hier erstmal die komplett schwarze Bowl. Oh, sogar mit kleinem Anzeigestreifen, damit man auch genau weiß, wie viel Wasser rein muss. Sehr, sehr cool. Ich stehe ja eh auf diese schwarze Optik. Von daher holt mich das natürlich mega ab. Hier haben wir noch ein paar Teile, ich schätze mal, zwischen Kohleteller und Rauchsäule kommt die dann. Die packen wir erstmal beiseite. Den Schlauch können wir auch erstmal beiseite tun. Also kommt auch noch mit einem mattschwarzen Schlauch. Was ist das für ein Schliff? Könnte 18,8er sein, ne? Ein bisschen mehr wie extra. Das ist ein Schliff extra nur für die Pfeife, ne? Okay, nur für die Pfeife. Also leider kein 18,8er oder 14,4er. Gut, das ist ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Das ist der Kohleteller? Ja. Alter, okay. Habe ich auch noch nicht gesehen als Kohleteller. Das ist der Kohleabstauber. Der Kohleabstauber? Ach, da ist noch ein Teller mit dabei. Genau, der Teller ist das. Ach, geil. Damit staubst du die Kohle ab. Krass. Kommt dann oben drauf. Richtig. Ah, dafür ist dieses Abstandstück. Genau. Okay, verrückte Sache. Also Leute, dieses Teil kommt dann wohl irgendwie hier dazwischen und der Abstauber kommt oben drüber. Habe ich auch noch nicht gesehen. Schauen wir uns aber gleich an, wenn die zusammengebaut ist. Wir schauen erstmal, was wir noch so in der Packung haben. Da haben wir einmal das Kiki-exklusive Mundstück. Unten auch schön angeriffelt hier, sodass euch der Schlauch nicht direkt abrutscht. Ja, relativ normales Alu-Feinliner würde ich sagen. Sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus. Dann noch das absolut massive Tauchrohr mit riesigem Diffusor unten dran. Also wirklich abnormal dick. Ich glaube, ich kenne kein Tauchrohr, das dicker ist. Ich glaube, selbst von der Ocean ist nicht so dick. Nein, sie ist ein paar Zentimeter dicker sogar wie die Ocean. Richtig, richtig krass, Alter. Heftig. Krankes Tauchrohr. So, und dann fehlt noch das letzte Stück. Das letzte Stück, die Rauchsäule und die Base. Sind die nochmal verschraubt? Ja, da muss man aufpassen mit den Kugeln, ne? Schätze ich mal. So, schrauben wir nochmal auseinander. Gucken uns das nochmal an. Da sehen wir auch schon die Kugel liegen. Oh ja, da muss man echt vorsichtig sein. Aber irgendwie muss das natürlich nach oben entlüften. Da seht ihr jetzt, da liegen die Kugeln drin. Das hier ist das massive Gewinde mit den Löchern, wo dann der Rauch reinströmen kann, sodass die Pfeife nach oben entlüftet. Relativ ähnlich zur Alpha. Wir schrauben das mal zusammen, bevor wir hier noch eine Kugel verlieren. Das wäre, glaube ich, so der Worst Case, oder? Dann wäre es vorbei. Dann wäre es vorbei. So, Rauchstöder haben wir wieder drauf. Wir schrauben auch nochmal das Tauchrohr dran. Das wird dann einfach gegengeschraubt, ne? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen schade, dass sie das Tauchrohr nicht auch gefärbt haben. Aber auf der anderen Seite, in der Bowl, siehst du es sowieso nicht. Von daher relativ egal. So, den Karton packen wir beiseite. Wir gucken uns jetzt mal hier diese Kohleteller-Abstaubkombi an, würde ich sagen. So, das hier ist der Schliff für unten. Sprich, hier kommt dann wahrscheinlich der Teller drauf. Auf den Teller das Zwischenstück. Und oben auf das Zwischenstück der Abstauber. Und auf den Abstauber der Kopfadapter. Der Kopfadapter ist dann zum Glück relativ flach. Also, ihr seht schon, da ist nicht mehr viel Platz. Zur Dichtung, ich halte das mal so rum. Also, da ist nicht mehr viel Platz. Das ist ziemlich cool. Dann sitzt der Teller zum Glück einen Ticken höher, aber der Kopf dann gar nicht so viel höher. Wir schrauben mal den Kollegen hier. Ich zeige euch nochmal kurz, wie es dann im Kompletten aussieht. So würde es dann aussehen. Aber wir müssen es natürlich nochmal aufschrauben, weil wir brauchen Wasser. Deswegen, wir sehen uns gleich im Set. Wir rauchen das Köpfchen an, dann sehen wir uns im Ersteindruck zu der Pfeife wieder. Bis zum nächsten Mal. So, servus Freunde. Die Pfeife ist jetzt an. Wir sind am Start. Der Haken von Medina ist auch noch am Start. Schaut da auf jeden Fall mal bei. Medina in Koblenz. Wie ist die Adresse? Florence Marktstraße 18. Florence Marktstraße 18. Ihr habt bestimmt schon genug Storys bei mir auf Insta gesehen, wie ich da sitze und da Pfeifen rauche. Speaking of Pfeiferauchung, ich glaube, einer von uns sollte auf jeden Fall rauchen, während wir reden. Leute, die Pfeife. Eigentlich von Venuka, aber jetzt in der Special Edition in dieser krassen Farbe eben von Nemo. Man kennt ihn ja, den Rapper aus Frankfurt. War schon in Songs mit Lambo Diablo GT, Husky Ice, glaube ich. Sehr berühmt. Einige, viele gute Songs mit vielen, vielen anderen großen Rappern zusammengearbeitet. Hat jetzt eben die Venuka in seiner Special Color Edition hier rausgebracht. Für 260 Euro, ne? Richtig. Finde ich schon ziemlich geil. Krass ist das Detail an der Pfeife. Ist natürlich dieses Ausblas-System, das so nach oben weg geht. Erinnert so ein bisschen an die Alpha, ne? Man kennt das ja schon. Aber was auch noch an der Pfeife neu ist, was ich noch an keiner Pfeife in Deutschland gesehen habe, ist der neue Kohleteller mit dieser extra Abasche-Apparatur hier oben drauf. Also ihr habt einmal dieses Gitter und dann unten drunter den Kohleteller. Ihr könnt oben die Kohle abaschen, die geht nicht aus, weil sie von unten Luft bekommt. Das ganze Ding nennt sich dann Blade Defender. Sieht einfach brutal gut aus. Wie findest du die vom Durchzug her? Boah, Hammer. Schaut euch die Rauchentwicklung an. Ja, Rauchentwicklung, ne? Black Nana, Vollkontakt mit dem Funnel. Da weiß man wahrscheinlich, er raucht auf jeden Fall ordentlich. Wie findest du Durchzug und Anzug und sowas? Der Durchzug ist ganz sanft. Beim Ziehen merkst du das auch schon. Beim Rauchen, allein die Rauchentwicklung. So sanft mit dem Diffusor, das ist der Wahnsinn. Hammer. Hammergeile Pfeife. Also haben die super hinbekommen. Super Ding. Also Durchzug ist auf jeden Fall brachial. Ich glaube, das Einzige, was noch besser ist, ist die Ocean Euphoria Diffusor. Ist echt schön leise, funktioniert echt gut. Wie du gesagt hast, schön sanft. Ihr habt keine Vibrationen, wie sonst vom Wasser. Alles wirklich ultra smooth. Muss auch echt nicht viel Wasser rein. Ihr habt auch hier noch so eine kleine Aussparung unten an der Bowl. Habt ihr bestimmt eben in den Detailaufnahmen gesehen. Das heißt, ihr wisst genau, wie viel Wasser reinkommt. Und einfach absolut schön. Das Einzige, was mir bis jetzt ein bisschen negativ aufgefallen ist, also Gewinne laufen alle wunderbar. Es hat alles easy geklappt mit dem Zusammenschrauben und so. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ auffällt an der Pfeife ist, beziehungsweise ein kleiner Nachteil ist, sie hat halt keinen 18-8er Schliff. Das wäre noch schön gewesen. Hat sie leider nicht. Gerade du bei der Bar. Alle Pfeifen 18-8er Schliff. Hätte auch die einen 18-8er Schliff. Hättest du einfach nehmen können. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, wenn ihr euch die Pfeife holt, habt ihr den Schlauch mit dem extra Mundstück dabei, dann würde ich auch immer genau dieses Set nehmen. Und dann ist es schon wieder nicht ganz so schlimm. Aber Leute, ihr wisst, das ist 18-8er Schliff an jeder Pfeife. Und dann hat man einfach weniger Probleme. Also, erster Eindruck von der Pfeife. Durchzug 1A. Entlüftungssystem sieht einfach nur absolut krass aus. Diffusor tut, was er soll. Kann man auch abschrauben, wenn man keinen Bock drauf hat. Und die Optik spricht, glaube ich, einfach für sich. Ich finde die ultra schön. Ihr wisst ja, ich stehe generell auf so mattschwarze Sachen. Also gut, das ist jetzt glänzend. Aber die Bowl ist so ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben, sie glänzt zwar. Aber ich finde gerade hier oben so, wirkt es doch so ein bisschen matt. Sieht auf jeden Fall ultra schön aus. Mattschwarzer Schlauch noch dran. Optisch einfach ultra geil. Ja. Wenn ihr die Pfeife auch testen wollt und ihr aus der Nähe von Koblenz kommt, könnt ihr gerne mal beim Hakan in Medina vorbeischauen. Ansonsten hoffe ich, dass euch der kleine erste Eindruck hier gefallen hat. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Bilder mit dieser ultra schönen Pfeife. Und ansonsten lasst noch ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut eben Medina vorbei. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG.